Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Wanda. Es ist jetzt 8 Monate her wo ich das letzte Mal gestreamt habe. Aktuell habe ich auch nicht mehr die Zeit dazu viel zu streamen. Deswegen habe ich dazu entschlossen alle meine Livestream-Projekte in Form von Let's Plays fortzuführen und alles nach und nach zu beenden. Ich habe jetzt das Let's Play von Octodad beendet und deswegen wird das dort jetzt mit Super Mario Wanda gefüllt bis das durch ist. Dann geht es mit eventuell Pikmin 4 weiter. Je nachdem. So. Im nimmer satte Sagas. Okay. Bin ich mal gespannt. Abzeichen wählen. Rankenschuss drücke in der Luft. Er schütte den Controller um eine Rangabsicht. Ne. Wo ist das mit diesen? Schüler. Das ist gut. Warum ist direkt hier eine Röhre? Au. Ich nehme mich auch nicht rein. So. Nein. 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 Mein Item. Wann ich hier nicht rein kann. Das ist sehr verwunderlich. Okay. Oh Mensch. Na. Kommt weiter. So. Die Estimates. Okay, ich dachte, da unten wäre vielleicht eventuell etwas. Aber ich habe ja eh genug Leben. Ich kann aber nicht, während ich ein Level-Spieler das ändere. Na, komm her. Das Konzentration. Das Konzentration. Das Konzentration. Oh Oh my god, ich spiele das. Kumba. Du bist ganz schön mutig. Nein, ich bin in der Fall. Ich habe gerade abgeschnitten. Ach nö. Weißt du was, bitte bring mich um, bitte bring mich um, bitte bring mich um. Oh no! Was habe ich jetzt absichtlich gemacht? Ähm, wo ist das mit automatisch groß? Hey, was suchst du denn hier? Bin ich dann ein großer Kumba? Frage von einem Freund. Ich bin immer noch Minikumba. Lass dich nicht entwischen. So, jetzt schnell bewegen. Ne, die am Goombas. Ja, das war's dann mit dem... Ja, ich weiß, ich bin ganz schön mutig. Ähm. Hat er gerade meine Münzen gefressen? Oh, das finde ich jetzt nicht gerade fair. So. Ich habe eine neue Spezies entdeckt. Ich frage mich, wie du wohl schmeckst. Wie ich wohl schmecke? Nicht gut. Definitiv nicht gut. Da oben ist eine Röhre. Das ist gut. Ich weiß, ob der einfach mal eine Münze gefressen hat. So, damit das die Münze respawnt. Habt egal. Wo ich mir aufscreen? Der Goomba von vorhin. Ich hoffe, es geht um Kult. Ich hoffe, es geht um Kult. Da geht's nämlich schon zur nächsten Welt, ne? Deswegen... Och, komm, Homer. Wir haben alle Zeit der Welt. Das ist einfach alles. Das macht mein Etwas speech-run. Das stimmt. So, jetzt aber. Dann besiege ich den erst mal. So, jetzt bin ich zwar mini, aber ich hab's geschafft. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Ich frage mich, warum machst du das? So, dann nehmen wir doch mal. Okay. Baby Pioretta. Nr. 1. Abzeichen Test beginnt stets in kleiner Form. Okay. Drück in der Luft R oder schüttel deinen Kontroll, um etwas zu höher zu schwingen. Okay. 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 Das ist ja wirklich einfach. Das war ja easy easy. Danke. Okay. Okay. Bis gleich später. So im Garten der Piranha pflanzen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Boah. Ich hab's dafür ein gewisses Abzeichen. Aha. Oh, no. Oh, no. I'm pervert. Warte mal kurz. Oh, da hinten ist ja jemand. Ja, und so fleißig. Oh, no. Ich verstehe das Level nicht. Ich glaube, ich nehme dann doch mal die Duolette zu. Ich habe hier noch 84 Versuche Zeit, ne? Oh. Oh, da hinten ist ja jemand. Aha. Ja, und so fleißig. Aha. Oh, da hinten ist ja jemand. Ja, und so fleißig. Aha. Aha. So, jetzt aber. Das war die erste Münze. Oh, da hinten ist ja jemand. Ja, und so fleißig. Oh, dafür habe ich das gemacht. Okay. Oh, da hinten ist ja jemand. Ja, und so fleißig. Aha. Aha. Hey. 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 okay dann weiß ich jetzt bescheid da war ich einfach zuvor schnell nehme ich einfach mal mit speicherpunkt gleich so komm ich nicht runter Oh Mist. Haha! Wuhu! Der Regen fühlt sich gut an. Ich spüre ihn in meinen Wurzeln. Oh Mist. Oh, ich weiß gar nicht, wo die letzte Blüte ist. Ich hab einfach so alles verpasst, was... ...geht oder es ist ein Secret? Nein, ist kein Secret Exit. Ich hab einfach mal so alles verpasst. Ja. Gut, dann nochmal und dann... Jetzt weiß ich ja wie das... ...aufgebaut ist. Oh, da hinten ist ja jemand. Ja, und so fleißig. Ja. 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 So. Mal gucken, wo die letzte Blüte ist. Oh ja. Ich platze gleich vor lauter Kraft. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe das Gefühl, dass da vorne noch was war, was eventuell noch wichtig sein könnte. Ich habe das Gefühl, dass da vorne noch was war. Ich habe das Gefühl, dass da vorne noch was war. So, dann habe ich zumindest das hier schon mal gefunden, wo die jetzt Münze ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, dass da vorne noch was war. Auf die Idee zu kommen, muss man erst mal kommen. Bye-bye! Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mario Bros. 1. Na bis dahin, tüdelü!